Hallo zusammen, ich möchte euch heute vorstellen, wie wir von diesem Chaos-Zustand in diesen geordneten Zustand gekommen sind. Lasst mich erklären, warum ihr gerade bei mir zu Hause seid. Und zwar habe ich den Schaltschrank zu Hause zusammengebaut. Das hat erstmal den Hintergrund, dass man als Laie locker mal 100 Stunden reine Montagezeit benötigt, um so ein Ding zu erstellen und weitere bestimmt 200 Stunden für Recherche arbeiten. Und dass das Ganze auf Zimmertemperatur zu egal welcher Uhrzeit und auf angenehmer Arbeitshöhe einfach mal viel besser ist, das brauche ich bestimmt keinem erzählen. Und wenn man mehr Zeit insgesamt einplant, dann kann man auch mal nach Angeboten ausschalten zum Beispiel. Oder auch einfach kleinere Mengen einkaufen, wie zum Beispiel Meterware bei so 10 Quadratleitungen zum Beispiel in diversen Baumärkten. Das funktioniert auch. Ich fand es auch super, dass es sich schon gelohnt hat, wenn ich einfach nur 15 bis 30 Minuten Zeit dafür hatte. Und vergesst dabei auch nicht, dass auf einer Baustelle immer viel Staub und Dreck herrscht und dass zum Beispiel beim Trocknen des Estrichs ja auch die Luftfeuchtigkeit sehr, sehr hoch ist, was für die ganzen smarten Bauteile natürlich auch sehr, sehr schlecht ist. Es gibt natürlich auch genau einen Nachteil und es würde sich echt anbieten, hier mit einem Meme zu arbeiten, aber meine Zuschauer sind im Schnitt einfach wie 50 oder so. Deshalb, man braucht viel Platz. So Leute, das ist der Stand, in dem ich den Schrank das letzte Mal verlassen habe. Und das ist einfach so lange her, dass ich nicht mal mehr weiß, was, wo, wie, wann ist. Ich muss mich einfach komplett wieder neu reinfuchsen. Richtig dämlich von mir auf jeden Fall. Und ich habe hier so viele Änderungen notiert. Wird spaßig, wieder aufzuarbeiten. Und bitte unterschätzt auch nicht den Aufwand, das Ding dann an die Montagestelle zu bringen. Denn voll bestückt ist das echt schwer. In Vorbereitung müssen wir natürlich die ganzen Kabel zur Seite binden. Und zum Beispiel zum Hagerstrang gab es dann eine Bohrschablone, die wir einfach mit dem Kreuzlinienlaser wieder ausgerichtet haben und dann gebeam. Für unseren Porenbeton müssen wir immer bestimmte Produkte benutzen, wie zum Beispiel jetzt hier solche Anker von Fischer. Die haben wir einmal in M8 und M10 Größe, da wir auch Schränke von verschiedenen Herstellern verbinden. Und die Dübel werden dann einfach eingeschlagen mit einem Hammer und diese schwarzen Anteile unten dann mit dem mitgelieferten Bit einfach gespreizt in der Wand. So ist das, was das für mich ist. so ist das für mich oberkrieg so leute wir hatten es letztens auf jeden fall noch geschafft den zweiten schrank mit anzuhängen wir sind sehr zufrieden mit der position und wie sie jetzt hängen das passt soweit und wir haben ja auch richtige ankerbolzen extra für porenbeton benutzt jetzt steht als nächstes an diese ganzen kabel einzuführen in die schränke ob man die jetzt schon mal auf die reinklemmen auflegt oder nicht das schaue ich mir gleich mal an wie es sinn macht wahrscheinlich ist das direkte auflegen sehr sinnvoll damit den ich noch mal mehrmals beschriften muss ich werde wahrscheinlich links ein zwei einführungen freilassen für die ganzen querkabel die inzwischen zähler und verteilerschrank notwendig sind hier rechts ungefähr auf den ganzen schwarzen lichtleitung hin weil auf diesem teil hier diese ganze 24 volt technik war und auf der höhe ungefähr muss ich den knx einführen da da denn jetzt rein klemmen und das ganze ohne dass diese dieses dünne plastik da oben noch weg bricht ich will euch mal den ersten zwischenstand geben also so schön mit den selben biegeradien wie man das in so videos sieht kriegt es auf jeden fall nicht hin und allein dieser platz hier oben da passt nicht mal ein finger zwischen und ihr seht ich habe mir schon die finger poliert wie saue tut alles weh also ich weiß noch nicht ganz wie man das viel besser machen soll ja ich habe mir jetzt ein bisschen so ein system überlegt da ist mein plan ich habe immer so blöcke schon mal aufgeschnitten wo ich überall durch will und versuche die jetzt hier ein bisschen sortiert mit ein bisschen spiel falls man irgendwie das kabel nochmal nachziehen muss oder so hat man einen bogen zur verfügung einfach um besser ranzukommen ich habe mir hier schon die vorbereitung für noch so eine schutzblende oben drauf deswegen denke ich mir ist das hier erstmal kein problem aber ja schön ist was anderes ne wenn man sich das dann mal anguckt also der hauptteil der stromleitung ist jetzt eingeführt ich habe da auch so ein bisschen ja bessere technik bekommen so dass zum beispiel das hier sieht jetzt ganz okay aus damit bin ich recht zufrieden ansonsten habe ich noch die ganzen knx leitungen zusammengeführt zu den dingern da denn hier noch zweimal netzwerk die ich denn hier in den 3d gedruckten dingern abschließen möchte dann haben wir hier noch die kontakte von der haustür die ist halt genau hinter der wand weshalb ich mit den originalkontakten hier reingehen kann dann haben wir hier noch einmal normales telefonkabel für die gegensprechanlage hier haben wir unser 18 ada kabel für die treppenbeleuchtung das hier ist unsere zuleitung für 24 volt für die visualisierung falls ihr da noch mal extra saft braucht zum beispiel die hier oben das ist so eng also da weiß ich echt nicht weiter das kriege ich nicht viel besser hin hier das hier funktioniert ganz gut hier die dünnen funktionieren also 1,5 quadrat funktioniert auf jeden fall immer gut da gibt es gar keine probleme die habe ich ja wie gesagt ganz gut hinbekommen wenn hier ein bisschen mehr platz ist aber das hier oben boah ist das scheiße so einmal zeigen was wir heute geschafft haben und zwar haben wir die Zuleitung zum Zählerschrank vorbereitet denn der Hausanschlusskasten soll hier demnächst kommen also eigentlich morgen schon und ich habe die ganzen Sonderkabel aufgelegt so eine Busleitung KNX unser Cutkabel was wir für DMX benutzen denn hier noch die Netzwerkteile für unsere selbst gedruckten Keystonehalter leider nicht so stabil sind und ich habe die Zuleitung genutzt Leute schaut mal als wäre nie was gewesen. Der ganze Aufwand verschwindet hinter den ganzen Abdeckungen. Hier haben wir dann die einzelnen Schalter für Wärmepumpe, PV-Anlage, die Hausverteilung und dann der Abzweck für die Garage. Hier ist die ganze 230 Volt Technik abgelegt und hier alles Besondere. Da sind jetzt die Abdeckungen noch nicht drauf, weil wir hier noch unser Baulicht gerade abgezwackt haben. Das ist das da zum Beispiel. Das haben wir so als in allen Räumen gelöst. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche einen schönen Tag. Ciao.